Die prominenteste Politikerin der Linken tritt aus der Partei aus und kündigt die Gründung einer Neuen an. Die Menschen in Gaza warten auf den israelischen Einmarsch und in der EU regt sich Widerstand gegen den Deal mit Viktor Orban, der selbst nach Brüsseler Maßstäben schmutzig wäre. Das ist die Lage am Montagabend. Spiegel-Redakteur Ralf Neukirch hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Lukas Auer. Wer hat Angst vor Sarah Wagenknecht? Anders als in Frankreich haben Bewegungsparteien mit einem Führer an der Spitze in Deutschland keinen guten Ruf. Das hat historische Gründe, doch offenbar verschiebt sich bei uns gerade etwas. Sarah Wagenknecht, die mit Abstand bekannteste Politikerin der Linken, hat ihren Austritt aus der Partei erklärt. Sie will eine eigene Partei gründen, sagte sie heute, nachdem sie zwei Jahre lang mit dem Schritt kokettiert hatte. Zehn weitere prominente Mitglieder der Linken wollen diesen Schritt mitgehen. Vorbereitet werden soll das Ganze von einem Verein namens BSW. Das steht für Bündnis Sarah Wagenknecht. Bewegung Sarah Wagenknecht wäre ebenso passend. Ohne ihre Galleonsfigur hätte die neue Partei keine Chance. Ob sie mit Wagenknecht eine hat, muss sich zeigen. Die 54-Jährige gilt nicht als Organisationstalent. In der Linken scheute sie Fraktionssitzung und Basisarbeit, analysiert Marc Röhling auf spiegel.de. Falls es zur Parteigründung kommt, könnte die neue Bewegung der AfD wählerabspenstig machen. Das wäre vordergründig nicht schlecht. Ein Linkspopulismus aller Wagenknecht ist immer noch besser als eine Partei am äußersten rechten Rand. Deshalb fürchten sie sich dort auch vor der neuen Gruppierung. Dennoch ist Wagenknechts Schritt für die politische Kultur keine gute Nachricht. Wer seit Jahrzehnten in der Politik ist, ohne ernsthaft regieren zu wollen, der stärkt die Demokratie nicht. Der schadet ihr, schreibt Timo Lehmann. Wann schlägt Israel los? Alle warten. Die Angehörigen der Geiseln, die Menschen in Gaza, die Soldaten der IDF, der israelischen Streitkräfte. Dass die Bodenoffensive der Israelis kommt, daran besteht kein Zweifel. Aber noch immer ist unklar, wann die Armee in den Gazastreifen einmarschieren wird. Die Amerikaner fordern von Israel einen Plan, wie es nach der Offensive weitergehen soll. Das Problem, der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hat keinen. Ihm geht es ausschließlich um die Zerstörung der Terrororganisation, schreibt Richard C. Schneider. Damit drohen die Israelis in die gleiche Falle zu laufen wie die USA nach den Terroranschlägen des 11. September. Die Vereinigten Staaten hatten nach der Attacke das Vertrauen und die Sympathie großer Teile der Welt. Aber sie verspielten beides, weil der Krieg im Irak nicht Demokratie, sondern Chaos säte und weil die USA im Kampf gegen den Terror die eigenen Werte über Bord warfen, schreibt René Pfister in seinem Leitartikel. Das Gleiche droht den Israelis, wenn sie ohne Rücksicht auf das Völkerrecht und eine Exit-Strategie agieren sollten. Wie erpressbar ist die EU? Die EU würde ohne die es nicht existieren. Eine Gemeinschaft von 27 Staaten, die wichtige Fragen einstimmig beschließen muss, funktioniert durch Geben und Nehmen. Die Frage ist nur, wie schmutzig darf ein Deal sein? Die EU-Kommission ist offenbar dabei, eine Grenze zu überschreiten. Wie meine Kollegen Michael Sauger und Markus Becker berichten, arbeitet Brüssel an einem Handel mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Zur Erinnerung, das ist der Mann, der sich in der vergangenen Woche in Peking Seite an Seite mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zeigte. Der Handel soll folgendermaßen aussehen. Orban legt nicht länger sein Veto gegen weitere Hilfen für die Ukraine ein. Dafür gibt die Kommission Milliardenbeträge frei, die sie wegen Orbans Rechtsstaatsverstößen blockiert hat. Auf diesem Weg könnten demnächst bis zu 13 Milliarden Euro nach Ungarn fließen. Sollte die Kommission wirklich ernst machen, müsste sie mit massivem Widerstand aus dem Parlament rechnen. Und auch viele Mitgliedstaaten sehen nicht, warum man Orban entgegenkommen sollte. Was sonst noch wichtig ist? Kriegsausgaben erhöhen Druck auf die russische Wirtschaft. Ökonomisch hat Russland den Ukraine-Krieg bislang erstaunlich gut weggesteckt. Doch das könnte sich 2024 ändern, glaubt die britische Regierung. Der Grund, Russland erhöht seine Militärausgaben drastisch. Chevron will Konkurrenten Hess schlucken, für 53 Milliarden Dollar. Die steigenden Ölpreise führen zu Bewegung am internationalen Rohstoffmarkt. Nach Exxon will nun auch Chevron einen Konkurrenten übernehmen. Özdemir will Haltbarkeitsdatum bei bestimmten Lebensmitteln abschaffen. Viele Produkte landen im Müll, obwohl sie noch lange nicht verdorben sind. Einer der Gründe sind unrealistische Haltbarkeitsdaten. Agrarminister Cem Özdemir nennt das komplett sinnbefreit und will es ändern. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.